Halt, stopp. Ich komme mit der Feuerwehr ab. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Und ja, das Projekt stand jetzt einige Zeit doch ganz schön still. War ja auch passiert. Aber jetzt habe ich mir gedacht, komm, belebstes Projekt einfach neu. Im Moment ist sowieso so eine Flaute, wo ich irgendwie, ich habe zwar noch etliche Games, aber nichts, auf was ich wirklich Lust hätte. Da dachte ich mir, Minecraft, das ist schon ewig nicht mehr gespielt, machst du Minecraft. Und ich habe auch mal einen neuen Server gehostet und den schon mal hier eingefügt. Wegen der IP, ne? Und dann würde ich sagen, gehen wir mal rein und schauen wir mal, wo wir landen. Na, haltet ihr was? Achso, ich. Und zwar sind wir, keine Ahnung, irgendwo in der Pack. Und ich muss sagen, der Shader gefällt mir nicht. Das Texturenpack ist übrigens das Modern HD, weil die sich dafür interessiert. Link dazu puffe ich dann wahrscheinlich in die Bischer. Wir spielen übrigens auf der Version 1.7.5, sprich die neueste Version. Es gibt praktisch alles. Das ist ja eine komische Anzeige, warum da fehlt doch irgendwas. Aber nun gut, wir haben das Böbeling gelöst. Und wir uns erstmal... Drei mal auf Holz geklopft. Hey! Ähm, irgendwas wollte ich gerade sagen. Ach genau, ähm... Oh Gott, schön. Mods sind kein installiert, da es für 1.7.5 noch keine gibt. Das ist so traurig. Aber leider war. Achso, wir können noch ein Erfolg jetzt sehen. Hier, ähm... Ne? Geht auch nicht. Schaden. Gut. Erstmal brauchen wir eine Werkbank. Ah, fortgeschrittenes Handwerk. Ist ja schon mal schön. Hüpfen wir mal hier hoch. Und hauen das hier mal hin. So, Stöcke, Stöcke. Eieiei. Eiei, erholt die Bezacke. Ähm, nee. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So. Acht. Die hauen wir mal hier ein. Und da haben wir einen Ofen. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Kohle, Kohle, Kohle. Gefährlich, lieber nicht. Gefährlich, lieber nicht. Wenn wir dieses mit der Holzspitzhacke erbauen, ist da auch immer so ewig gelang. Doch, unbedingt. Das nächste ist Steinwerk. So. Ja, äh. So, so. So. Ein Turmel. Zack, zack, zack. Bauen wir uns doch hier mal gleich einen Eingang. In eine Mine. Weil, für oder später werden wir ja sowieso eine. Und ich finde es hier oben eigentlich ganz gut. Deshalb, würde ich sagen, bleiben wir gleich hier. Achso, wir müssen ja hier darauf achten, dass wir hier nicht verhungern. Wir spawnen zwar keine Monster, das habe ich mal wieder ausgestellt, weil ich diese Viecher einfach nicht leiden kann. Aber, wie willkommen da zum Hunger. Denn wir spielen hier auf normal. Deshalb nehme ich auch immer einen Server. Weil man das da schön einstellen kann. Im Gegensatz zum Singleplayer. Ich weiß, dafür gibt es Mods, aber... Nö, danke. So, oben mache ich. So, wie soll ich gleich hier am Anfang schön ausschauen. Woher mal die Stöcke. Nein, ein Böder hier nicht mehr. So, zu den Waffen. Schweini. Danke. Irgendwie hat das Texturenpack aber noch nicht richtig geladen. Moment. Nein, ich schäle. Zürn. So, jetzt vielleicht. Weil das Fleisch sieht so... Hm. Vielleicht gehört es auch so. Ich weiß nicht. Zack, zack, zack. Ui, ich schüttel. Huch, hier ist er runter. Hab ich noch gar nicht bemerkt. Na komm, gib mir deine Wolle. Gib mir deine Wolle. Was zur Hölle ist denn das für ein hässlicher Stöch da hinten? Wow, geil. Geil. Okay. Das sieht schon mal hammer aus. So. Hier. 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 Äh, wir machen mal einen kurzen Aufnahmestopp. Und ich bin gleich wieder da. So, da sind wir wieder zurück. Ich hab mal kurz ein bisschen was beendet. Und, naja. Dass wir diese schöne Einblendung unten höchst nicht mehr haben. Da unten ist auch noch cool. Da gibt's überall so Senkrechte unten. Gefällt mir gar nicht. Apropos, gefällt mir gar nicht. Wir haben auch kein Holz, sondern es gefällt mir auch nicht. So. 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 Ähm. First we need. Holz. Aber wenn wir schon mal hier sind. First we need something to eat. Er hält die Spitzhacke. Ja, genau. Er hält die Spitzhacke. Ich wollte eigentlich sagen, er hält die Achs komisch, aber er kann sich ja mal versprechen. Schön, dass auch der Wald da drin soweit weg ist. Ich glaube, wir nehmen mal ein paar Saplings mit. Wisst ihr, wenn man von Teufels spricht. Okay. Wie hackt er bitte die Bäume? Mit der Spitze der Achsen. Sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Sind das die gleiche? Ja. Nehmen wir mal hier vorne noch mit. Und warten mal ganz kurz, dass hier was droppt. Vielleicht noch von hier? Na, wie sieht das? Hier noch was? Na, komm. Lass was droppen, mein Freund. Komm mal, mein Freund. Don't give up. Ja, dropp den da heute noch was. Ach nee, Scham, nur Gas. Na komm. Na komm. Oh, jetzt gibt doch endlich was her. Mein Gott. Gib mir ein Sapling, verdammt. Dann halt nicht. Gehe ich halt jetzt für end. So. Hast du jetzt davon? Den beholen wir uns auch noch gleich. Ups. Wenn wir schon mal hier sind. Da, 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 da. Jawoll. Eins. Warum dauert denn das so lange, bis es hier despawn? Ist aber nicht normal. Au. Auch kein Apfel oder so. Nee. Nix. Da. Hab ich dich. Huch. Lau. Los. In. Nö. Na. Ja. Ich zerschlag mal ein bisschen Gas. Ein paar Samen. Weizen. Kann ich immer gewirfen. Ach, da. Wenn man schon teurer spricht, ne. Ne. Noch ein. Ja. Noch ein. Noch ein. Wow. Wow. Ich hatte auf einmal. Hüüü. Da, da. Ey. Jawoll. Zehn Stück. Perfekt. Da ist noch ein Sapling. Sollte reichen. Sollte auf jeden Fall. Und wenn nicht, haben wir ja da drin noch diese anderen schönen Bäume. Das passt dann schon. Hätte ich jetzt mal gesagt. Ein Sonnenblümchen. Was gibt's hier unten eigentlich hinter Sonnenblümchen? Was gibt's hier unten eigentlich hinter Sonnenblümchen? Nein. Nein. Schade. Na komm, lauf schneller. Jetzt nehmen wir die Kohle hier auch noch mit. Halt, vorher essen wir noch was. Ah, jetzt sind wir voll. Ui. Doch ein bisschen mehr. Sehr schön. Bauen wir halt noch Cola, bis die Spitzung kaputt ist. Ist eh nur eine Holzspitzung. Das ist nicht so wichtig. Jetzt ist sie kaputt. Jetzt geht das Ganze auch erheblich schneller. Das ist nicht gut. Jetzt haben wir zwar hier unten so ein komisches Loch, aber... Naja, das ist... Man kann halt nicht alles haben im Leben, ne? Pflanzen wir erst mal drei von denen hier. Eins... Zwei... Drei... Da wachsen auch noch andere Bäume. Und Kohle da oben. Ui. Ach ja, doch, Optifine gibt's. Ist aber dann auch schon wieder das Einzige. Das Loch da gefällt mir nicht. Aber ich find's gut, dass wir da hinten Lava haben. So, jetzt bei Holz... Stock... Dings... Alles irgendwie. Genau. Ackerbau. Ackerbau. Wie wir teilen jetzt? Ackerbau. Hoch da hinten bald. Halt, stopp. Ich komme mit der Feuerwehr-Axt. Da ist was. Ui. Ah. Au. Puh. Jetzt bürgen wir in die Schaufel. Machen wir's halt mit der Hand. Geht auch. Ist zwar ein bisschen weit weg. Das fällt jetzt hier. Na ja, gut. Ich glaub, da hinten war noch ne Wasserstelle. Wir brauchen halt Eisen. Nein, nein. Viel zu viel Aufwand. Machen wir erstmal die hesslichen Ecken hier an. Das war ja klar. Die hesslichen Ecken hier alle zu. So. Und dann müsste das doch hier irgendwie funktionieren. Huch. So. Die Steinhake ausfallen. Hier noch ein bisschen Gras kloppen. Nö. Nix mehr dabei. Schade. Ach Gott. Ich dachte schon, ich hab sie vergessen. Das wäre peinlich. So. Jetzt muss ich mich hier nur noch Eingang reinpögeln. Eines haben wir vielleicht noch hier irgendwo. Nein. 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 Ach doch. So ist das schön. Seht ihr, hier ist auch noch Wasser noch. Ich hoffe, ich kann mir das merken. Naja, wird schon schief gehen. Gutes Fenster auf mir ist sogar ein Flugzeug vorbei. Ungeschickt eingefädelt. Aber gut. So da da. Wie groß ist denn dieses Loch? Ah, hier geht's schon mal noch. Sehr gut. Sehr gut. Die Kohle da nehmen wir auf jeden Fall mit. Gut, dass wir über was ist denn da geht das Ganze ein bisschen schneller. Würden wir jetzt tauchen, werden wir am Arsch. Aber wirklich am Arsch. Das ist jetzt aber schon ein bisschen größeres Lochlein da. Das ist jetzt nicht so schön. Ich hab nur acht Stücke Erde dabei. So, jetzt langt's. Oh, Junge. Ah, komm. Na, komm. Na, komm. Na, komm. Oh, Gott sei Dank. Wasser für eine Stelle. Denn wir wollen ja hier nicht die wertvolle... Oh, shit. Fuck. Ah, das ist ja... Das ist ja... Einmalig. Okay. Ah, komm. Na, komm. Geh da rein. Ah, keine Erde mehr. Verdammt. Ich brauch sowieso viel mehr Erde, um dieses Loch hier zu füllen. Will ich das überhaupt füllen? Ja, doch. Das will ich füllen. Aber jetzt... Und dann gehen wir erstmal penne. So, neuer Tag. Neues Glück. Schaf. 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 Tschüss. Erstmal ein bisschen die Viecher ärgern. Skis. Kann man schon Wege aus Skis bauen. Ist das jetzt... Sind das jetzt die neuen Sümpfe hier? Also da tümpfen schon mal Kürbisse. Was sonst? Hier nur Pilze, Pferde, Sonn-Dom, Schaf. Kürbisse. Oh, Tittenfisch. Oh, da geht's runter. Oh, oh. Lehm. Mhm. Schön. Oh. Oh. Hoppala. Überlehm hier. Ist schön. Und damit ist die erste Folge schon wieder vorbei. Oh, sogar Überlänge. Oh, fünf Minuten Überlänge. Jetzt geht's wieder Beef. Und dann würde ich sagen... Sehen wir uns. In der nächsten Folge. Let's play Minecraft. Hier bei MN Productions. Bis dahin. Ciao. Hier bei MN Productions. Vielen Dank.